Runter von der Station! Sofort! Sir, wir haben soeben die Ladedecks 1 und 2 gesichert. In ein paar Minuten wird es nichts mehr zu sichern geben, Commander. Verstanden, Sir. In Ordnung, Männer. Wir verlassen diesen Gesteinsbrecher. Ihr geht voran, Weichpanzer. Ja, Sir! Weichpanzer? Was? Bereit für eine Schießerei, Weichpanzer? Ich glaube, ich kann mit einem Blaster umgehen. Weichpanzer, Knochen! Achtung, die kennen wir ja gar nicht, die Töten. Alter, hu! Alter! Das Tastaturauto jetzt. Hier lang, mir nach! So. Jeder Schuss muss an! Ziemlich zielsicher. So. Das hört sich nicht gut an. Die Station wird nicht mehr lange halten. Egal, Bewegung, Bewegung! Auf alles schießen, was einen Helm trägt. Auf alles schießen, was einen hervorragend ist. Bitte sofort! Ziemlich verschieben, ja geil. Wer ist beim Uternächsten? Achtung von hinten! Äh, Schwul oder was? Boah, geil. So. Wir müssen zu diesen Konsolen. Wir brauchen Verstärkung. Wir haben zu wenig Träumen. Gebt uns Deckung, während wir diese Konsolen hacken. Ihr habt den Commander gehört. Die Blechbüchsen verschratten. Was? Okay. Stark. So. Alter, so lange ich mal gefragt, dass ich gar nicht mehr weiß, was man macht. Okay, soll ich den Zweifel? Okay. So. So. Alle in der Rettungskapsel. Was ist nur ein Kumpel? Rettungskapsel? Was ist das denn? auch So. 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 Feindliche Truppen nähern sich von 0,68. So. 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 Die Blackflexen dürfen es nicht für den Rettungsgruppen! Achso! Achso, geil! Nicht trödeln! Los, los, los! Verdammt! Durchgeschmort! Nehmen wir die manuelle Überbrückung! Hey, Switch! Wir haben es eilig, wisst ihr? Das könnte etwas technisch werden, Sir. Besser ich mache das. Switch! Was soll das? Entschuldigt, Sir. Switch! Viel Glück, Sir! Gut, up vom Switch! Und so nebenbei! Tschüss! Tja! 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 Vielen Dank.